Ja, und da sind wir bei dem Thema von heute. Wir müssen an dem Werteversprechen des Handels mal wieder arbeiten, da müssen wir wieder dran. Denn es scheint in der Branche ein großes Geheimnis zu geben und dieses Geheimnis möchte ich mit Ihnen teilen. Wir sind ja in der geschlossenen Gruppe, Gott sei Dank hier, die Fernsehkameras ja nicht live geschaltet nach draußen. Und bitte jetzt nicht twittern, wenn ich Ihnen das größte Geheimnis der Branche erzähle. Das 20. Jahrhundert ist vorbei. Jetzt werden Sie den Kopf schütteln und denken, der Vollidiot da vorne erzählt mir Sachen, die ich alle schon weiß. Ja, wir wissen das alle, wir haben es im Kalender drin. Aber handeln wir im Handel auch so? Wenn ich sehe, dass wir mit den Methoden des letzten Jahrhunderts in diesem Jahrhundert noch aktiv sind, dann schüttle ich einfach nur den Kopf, weil die Methoden einfach nicht mehr gelten. Und insofern komme ich dann zu dem Ergebnis, dass scheinbar ein Geheimnis sein muss, dass wir ein neues Jahrhundert haben.